Nämlich das ist der Beginn der neuen Staffel, die nennt sich Township. Das ist die neue Staffel, das ist der erste Film. Im Hintergrund, hinter dem Busch, das ist der Robin, den lernt ihr noch später kennen. Wir sitzen also in der Lounge und trinken uns durch den Shampoos. Mehrere Flaschen haben wir schon, die haben hier also Moet und Verve. Das ist jetzt nichts Besonderes, das geht aber. Und das Tagesziel ist, dass wir so in den Flieger reinlaufen können und die uns da vor allem nicht aussondieren, also dass wir geradeaus in den Flieger kommen. Das ist die erste Idee, der ersten Etappe von der neuen Staffel, nennt sich Township. Denn wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Robin hat uns nämlich hier reingebracht, zwar bei der Scan. Der hackt sich hier gerade durch das System und so kommen wir an unsere Upgrades. Wir sind jetzt demnächst auf Punktübertragen, sehr gut. Wir sind demnächst auf First. Nur so, für den Neidfaktor sage ich das mal so. Für den Flex, sagt der Jugendliche. Für den Flex. Du bist jugendlich, ich bin oldschool. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, mein Lieber. Auf eine gute Zeit. Auf eine sehr gute Zeit. So, da steht der, der Vogel. Also wir haben es geschafft bis hierher und weiter geht's. Das sieht nach Durchmarsch aus. Das ist eher so ein bisschen wie ein Spielcasino oder sowas. So, läuft. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, besonders gut. Aber echt. So, da kommen unsere Champions an. Frisch aus dem Flieger. Und da ist auch schon der Count gelandet in Kapstadt. War nicht so gut gemacht. Nee. So, da haben wir jetzt hier einen ganz klassischen Start hingelegt. Ja. Der Maschinist führt den Bus, souverän, durch den Kapstadter Flughafen. Es ist nochmal rechts, wo diese paar bisschen Bewaltungen drauf ist. Das ist der Signal Hill, der Signal Hill. Ja, ja. Und darunter ist Kapstadt, Downtown und der Harbor. Ja. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Guck, hier links sind die ersten Häuser. Da munnen die Leute. Ja, das sind die Tal Ships. Genau. Also für deutsche Leute wäre das die reinste Müllhalde. Das sieht nicht anders aus. Hier ist noch scharf auf der Autobahn hier, wenn wir mal gucken wollen. Die Ziegen. Die Ziegen auf der Autobahn. Die laufen aber manchmal durch der frische Asphalt. Hier soll natürlich... Ehrlich. Ganz gefährlich. Das ist eine Fällige Situation hier. Das ist souverän gemeistert. Der Maschinist hat das souverän gemeistert. Ich hätte jetzt zweimal scheppern können. Einmal vorne, einmal rechts. Hat sie noch nicht. Der Richtschützer hat das leider verpasst zu beseitigen, das Problem. Jetzt gehen wir hier mal auf die Fest. Wir haben jetzt den Bus. Also fahren wir auch auf den Bus. Und ich bin im sechsten. Dann wäre CO2-neutraler. Nette Klima, Piet. Genau. Klipstum. So, ladies and gentlemen, here we are, Nummer 13, das kann nur Glück nennen, in der Fiskrall Street. Die Hüller vom alten Baule. Und? Na, klicken wir zwar nicht mit uns selber, aber es geht hier. Guck mal her. Dann öffnet sich der Elektrozaun in die Strandphase. Die Hüller vom alten Baule. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Arelled her, Nummer 24, 2017. Untertitelung des ZDF, 2020